Höher, schneller Bibi und Julian. Mit ihrem neuesten Poo übertreffen die YouTuber sich jetzt definitiv selbst. Eine Million Wasserperlen lassen sich die beiden über die hübschen Köpfe schütten. Von einem Bagger wohlgemerkt. Wo das Paar sonst alles selbst regelt, muss dieses Mal ein riesiges Team mithelfen. Bibi und Julienko scheuen wirklich keinem Mien, um ihre Fans immer wieder zu überraschen. Ob 600 Euro Eis mit purem Gold testen, die Mama mit 300 Rosen überraschen oder eine Million Glibberkugeln für ein cooles Bild. Bei Bibi und Julian wird eben geklotzt und nicht gekleckert.